Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen können künftig ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat auf dem Handy nachweisen. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll seinen Impfstatus per QR-Code dokumentieren können. Wie funktioniert der digitale Impfnachweis? Nutzer können sich die App namens CovPass auf das Smartphone laden. Auch über die Corona-Warn-App soll der digitale Impfnachweis angezeigt werden können. In der App wird ein QR-Code abgelegt als Nachweis einer Corona-Impfung. Diesen Code bekommen Geimpfte über die Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken. Gilt der Impfnachweis beim Reisen? Der digitale Impfpass kann der Pandemie das Reisen erleichtern, indem jeder schnell und fälschungssicher seinen Impfstatus ganz einfach nachweisen kann. Seit Juli kann der Impfpass in der ganzen EU genutzt werden. Damit setzt die EU einen neuen Standard, den es länderübergreifend bisher nicht gibt. Wie sicher ist der CovPass? Der CovPass ist insoweit sicher, dass generell nur Impfzertifikate akzeptiert werden, die EU-konform sind und von den autorisierten Stellen in Deutschland ausgestellt werden, wie beispielsweise von Impfzentren, Ärzten und Apotheken. Was passiert mit dem alten gelben Impfpass? Der digitale Impfpass soll das traditionelle gelbe Impfbuch nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Das soll im Alltag zu vielen Erleichterungen führen. Die Bürger und Bürgerinnen müssen den gelben Impfpass nun nicht mehr mit sich führen, denn es reicht der digitale Nachweis, der sich beispielsweise auf dem Smartphone befindet. Die Bürger und Bürgerinnen müssen ec mixt centrum an, dass die EU- havens wurde, es ist z. B-, aber da kann die EU gegen die EU Norden immer so bleiben. Vielen Dank.